Hi, ich bin die Aurelia aka Flight Girl und ich werde Queen of Cologne, weil ihr alle nicht damit rechnet und ich noch verborgenes Talent in mir habe. Und hier sind wir auch schon, gestern habt ihr gehört, dass es weitergeht mit King of Cologne und wir sind hier und stellen euch den ersten Spieler bzw. die erste Spielerin vor. Natürlich haben wir die Lady ganz nach vorne gezogen und Aurelia ist ja auch keine Unbekannte hier im Basketballatelier, du warst Gast bei Paul Goode Trift, du bist am Start gewesen für das eine oder andere Workout und jetzt bist du auch regelmäßige Mieterin hier im Atelier. Ist das vielleicht der erste Vorteil, den du mitbringst, dass du auch dich jetzt die letzten Wochen oft eingebucht hast, egal ob mit oder ohne Doktor, dich hier selber trainiert hast, ist das schon ein Vorteil? Ich glaube definitiv, weil man darf das echt nicht unterschätzen, weil der Cord ein bisschen schmaler ist. Man kann nicht so ganz die Moves, wie man sie vielleicht sonst macht, wenn man gerade vom Corner viel wirft, da muss man sich so ein bisschen, ja, von diesem Gefühl halt drauf einstimmen. Es ist kein ganzer Half-Court und ja, Aurelia war schon ein paar Mal hier und kennt das Gefühl. Jetzt ist es ja so, dass die meisten Teilnehmer schon, ja, viele Jahre Basketball spielen und schon ein bisschen länger dabei sind. Du spielst jetzt zwei Jahre, aber mit deinem Arbeitseifer und dem, was du reingesteckt hast, habe ich so eine Entwicklung sehr, sehr selten gesehen. Also mittlerweile kommst du ja wirklich sehr, sehr gut klar auf den Basketballplatz. Was bringst du mit, beziehungsweise gucken wir mal auf deine Player-Card, ist dein Go-To-Move, den wir uns direkt anschauen, der Step-Back. Funktioniert der auf beide Seiten? Kannst du da den Leuten, zumindest den Zuschauern schon ein bisschen was drüber verraten? Der funktioniert tatsächlich auf beide Seiten ganz gut, aber es gibt bei mir tatsächlich, also es ist so eine Sache, weil links ist meine linke, tendenziell die schwache Hand, dass man dann eher auf rechts geht, aber theoretisch finde ich ihn mit links besser. Also das ist noch so ein bisschen tricky, da arbeite ich noch dran, aber ich glaube, den werde ich auf jeden Fall hier einbauen und den werdet ihr mal sehen. Mal gucken. Ja, wir dürfen nicht zu viel verraten, sonst hören uns die Mitspieler und wir verraten schon vielleicht zu viel. Was haben wir sonst noch? Oberliga? Du hast, glaube ich, mal kurz im Verein gespielt. Sag doch mal kurz was zu deiner Vereinskarriere. Wie sah das aus? Ja, da war ja noch Corona so ein bisschen mehr im Start. Ich bin hauptberuflich Flugbegleiterin und mittlerweile ist der ganze Flugverkehr halt schon wieder ziemlich zu Gange und da hatte ich noch mehr Zeit. Und dann ging es um den Verein. Für die, die halt schon im Berufsleben sind, ist es ein bisschen schwierig mit den festen Vereinszeiten. Deswegen, ich bin zwar noch in der Oberliga, aber gerade ist es super schwierig, weil wir sind unfassbar viel am Fliegen. Genau. Mal gucken. Also die Zukunft. Ich versuche es unbedingt, dass ich weniger fliegen kann und dann den Verein wieder aufsuchen kann. Ja, weil ansonsten scheiße, kriegst du keine Spielzeiten am Wochenende, wenn du im Training nicht bist. Deswegen auch der Name bzw. der Nickname Flight Girl für denjenigen, den es gewundert hat. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall warum. Jetzt. Oder kommt da jetzt noch die Dankformel ins Spiel? Nee, tatsächlich ist das ganz witzig. Die Story hinter den Namen. Ich war in Toronto auf dem Freiplatz am Zocken und ich hatte ein Shirt an, so ein Nike-Shirt und da stand Flight drauf. Und die Jungs kannten mich nicht. Ich habe mit denen gezockt und irgendwann fangen die an als Flight Girl. Und dann war ich so, hä, ich habe denen noch gar nicht erzählt, dass ich Flugbegleiterin bin. Und dann fand ich das so witzig, mich zu denen, ey Jungs, wer wusste ich, dass ich Flugbegleiterin bin? Ja, und dann wussten wir nicht. Aber es war ganz cool. Deswegen die Jungs auf dem Toronto Freiplatz kamen. Daher kommt also der Nickname. Okay. Jetzt ist es ja so, du bist die einzige Dame in der Competition. Sag mir warum und natürlich auch den Leuten, warum du als einzige Lady den Jungs zeigst, wo es lang geht auf dem Platz. Was spricht für dich und warum nimmst du vielleicht hier, da müssen wir aus dem King noch eine Queen machen? Warum nimmst du den hier mit nach Hause? Ich glaube, mein Glück oder Vorteil könnte sein, dass die Jungs nicht so richtig mit rechnen. Und ich glaube, wenn ich einen guten Tag habe, dann kann ich eine Mini-Chance haben. Aber das ist immer noch so, mir fehlt noch so ein bisschen die Routine. Den einen Tag denkst du auf einmal, krass, was sind mit deinen Handels los? Im nächsten Moment denkst du, ich spiele das erste Mal Basketball. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie kann ich die Aufregung auch kontrollieren. Und mal schauen, also ich glaube, ich kann mit diesem Überraschungsmoment dann punkten. Ja, wir hoffen, dass die Handels on point sind und der Rest natürlich auch. Und wir müssen noch über eine Sache sprechen, über das Schuh-Game. Ja, die Leute fragen sich oft und auch in den Kommentaren war zu lesen, ey, was hat der Schuhe, was ist das für die Schuhe? Und ich weiß, dass du auch jede Menge Sneaker am Start hast. Für welche hast du dich entschieden? Du hast sie wahrscheinlich hier schon mal am Boden getestet. Und warum und was ist es geworden? Und war das schwer, diese Auswahl? Nimm die Leute mal mit auf die Reise, welche Sneakers geworden sind für heute? Ja, das ist tatsächlich ganz bewusst, also das sind LeBrons Soldier 14 und was bei denen echt ziemlich nice ist, also die sind nicht wie die typischen LeBrons sonst, die haben ja keine Lasche direkt, die sind wie so eine Socke und trotzdem, obwohl sie so bequem das Gefühl wie von so einer Socke haben, hast du trotzdem einen guten Halt hinten an der Ferse, weil ich finde schon, gerade wenn du so all in gehst und halt richtig irgendwie, ja, sag ich mal, bereit bist, alles zu geben, dann ist so ein leichter Support schon ganz nice, aber trotzdem mag ich dieses Gefühl, dass es halt der Schuh nicht, dass du nicht so bewusst wahrnimmst. Und du musst sagen, ist er ziemlich nice und er hat eine geile Farbkombi, also. Das heißt, den nächsten Sneaker Performance Test gibt es dann bei Aurelia auf jeden Fall auf YouTube, sie kennt sich ja aus mit den Schuhen und yes, das war Aurelia, die erste Spielerin, morgen geht es weiter mit Spieler Nummer zwei, viel Erfolg die natürlich in der Competition, ich bin mir sicher, wir werden alle zuschauen und gucken und dir die Daumen drücken und für euch gibt es morgen den nächsten Spieler, bis morgen. Frage 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017